Ihr Lieben, lange erwartet, heute ist es endlich wieder soweit. Ein weiterer Vlog, ein sehr seltenes Phänomen auf diesem Kanal. Aber ich freue mich, euch heute mal mitzunehmen, einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Von mir und meinem Team, wir haben uns das vorgenommen, hier in München zwei Tage lang kleine Content Days zu machen, viel Content zu produzieren und überhaupt uns einfach mal persönlich besser kennenzulernen. Thorn ist hier hinter der Kamera, Saskia ist noch mit dabei, die mit vor der Kamera stehen wird. Und gemeinsam verbringen wir jetzt zwei Tage und produzieren richtig viele coole Themen für euch. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir denn diese Content Days überhaupt machen. Es ist so, dass wir bei KarriereGuru komplett remote arbeiten. Das heißt, jeder sitzt irgendwo in Deutschland verteilt. Eine Kollegin ist aktuell zum Beispiel auch in Paris. Wir hatten schon mal Kolleginnen, die irgendwie in Neuseeland waren und überall auf der Welt verteilt. Das funktioniert unheimlich gut, weil wir ja heutzutage die digitalen Tools haben. Nichtsdestotrotz ist dieser analoge, dieser echte Austausch natürlich auch total wertvoll, um uns besser kennenzulernen und eben coole Sachen zu machen. Deshalb finden diese Content Days statt. Ich versuche das irgendwie so alle quartalsweise mal irgendwie in Angriff zu nehmen und freue mich umso mehr. Gerade plagt uns so ein bisschen die Hitze. Die ersten Kameras sind schon überhitzt, die müssen gerade abkühlen. Aber es könnte uns schlimmer treffen. Ich freue mich mega, euch heute da mal so ein bisschen mitzunehmen. Ja, also wir plagen uns jetzt raus hier bei gefühlt 40 Grad. Suchen den Schatten im Englischen Garten. Und drehen noch ein paar weitere Videos, machen Fotos und lassen es uns gut gehen. Vielleicht bei einem kalten Bier, einem Kaffee oder was auch immer. Stärkung zwischendurch. Ja, muss sein. Vitamine bei der Hitze. Ein Mast. Wir sind am zweiten Tag unserer Content Days. Viel gestern produziert. Das war furchtbar heiß. Heute, also ein bisschen abgekühlt über Nacht. Das heißt, wir können richtig durchziehen. Ich glaube, vier Videos haben wir schon abgedreht. Lange Videos auf YouTube. Q&A-Formate. Viele Fragen, die uns so erreicht haben. Ja, wir sind inй Rede. Junge Tag oder man, die uns somit schm explained. Dann folgern dich lassen. Ken Ja, Content Days sind vorbei. Wir bauen jetzt hier schon ab. War krass. Bin auch total fertig, müde. Schon lange nicht mehr so viel Content abgedreht. Aber es war natürlich auch eine riesen Erleichterung, das mal nicht alles selbst machen zu müssen. Weil normalerweise stehe ich natürlich immer alleine vor der Kamera und mache und mache und tue und schicke das dann Thuan hinter der Kamera zum Fertigschneiden. Das war schon eine super Entlastung. Wenn euch das Format gefallen hat, dann hole ich Thuan natürlich häufiger mal hier nach München und gebe euch so ein bisschen Einblick, was ich so tue, was ich so mache. Oder was wir auch hinter den Kulissen als ganzes Team unternehmen. Also lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es eh schon getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir gönnen uns jetzt einen Feierabend. Bleibt ambitioniert.